moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen pileup spot zeigen wo die zombies euch nicht sehen und einfach vor euch hin und her laufen und ihr die ganz easy töten könnt leute sowie das ganze funktioniert zeige ich euch jetzt ich würde euch allerdings empfehlen nimmt euch das schneller laufen perk weil damit ist es wirklich viel einfacher und zwar müsst ihr wenn ihr nach draußen geht hier auf diesen laster drauf klettern von hier aus müsst ihr dann noch eins höher springen so wie ich es hier gerade im video tour und von hier oben aus nimmt ihr anlauf und springt richtung kofferraum von dem blauen auto also springen und dann seid ihr oben auf der barriere nun laufen die zombies in diesem bereich hin und her und falls mal ein zombie irgendwo sein sollte wo ihr den nicht erreicht er ist meistens dann hier rechts dann dreht durch um lauf nach vorne springt einmal haltet die tasse zum nach vorne laufen gedrückt und dann kommen die zombies auch dort raus wenn euch die munition ausgehen sollte leute könnt ihr einfach hier runter springen denn vor euch ist eine munitions box hier könnt ihr dann ganz schnell eure munition aufführen und wieder in den glitch aber passt auf leute wenn ihr von hier abspringt ohne 1 höher zu gehen und auf dem kofferraum springt dann ist das ein afk spot also die zombies werden alle afk bleiben so wie hier in diesem clip aber wenn wir das machen so wie vorher also hier drauf dann noch 1 höher und von hier aus anlauf auf dem kofferraum springen dann laufen die zombies wieder hin und her der krassen die soldat übrigens der wird auch afk rumstehen und solange ihr nicht hier runter geht wird er auch nicht zu euch kommen und wenn der jünger zu euch kommt dann wird euch nur schaden geben wenn euch bisschen er kommt mit seiner nahkampfattacke aber das reicht auf jeden fall nicht um euch dauernd zu machen den könnt ihr ganz schnell weg lesern wie es mit dem mangel aussieht weiß ich noch nicht bei mir ist er nicht gespawnt ich habe auch nicht so lange gemacht leute falls ihr damit erfahrung gemacht habt könnt ihr das in die kommentare schreiben ansonsten war es das mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein leichter schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an diese stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal